Hallo Freunde, ich freue mich euch zu einer neuen Folge von Lands of Lore 3 begrüßen zu dürfen. Wir befinden uns im Labyrinth von Chakal und wollen hier eigentlich nur wieder raus. Wir haben hier schon eine Treppe gefunden, wo uns vielleicht in ein nächstes Level bringt, in Stufe 5. Keine Ahnung, ob das normal ist. Moment mal, Wald von Gladstone. Ja, anscheinend, wenn ich hier so sehe, da gibt es nur 4 Stufen. Höhle des Chakals scheint es insgesamt 7 Stufen zu geben. Also, es werden wahrscheinlich noch ein bisschen hier drin bleiben, schätze ich mal. Habe jetzt auch nochmal probiert gehabt, also wegen der Mausprobleme und so weiter. Vielleicht geht es jetzt, ich habe zwar nicht viel geändert, aber es scheint mir tatsächlich leichter zu laufen. Vielleicht liegt es da dran, weil ich es jetzt, das Konfigurationstool nochmal geöffnet habe. Und auch im Moment geöffnet habe lassen. Und dass ich es nicht über die GOG-Galaxis statt, sondern direkt aus dem Explorer heraus. Das könnte natürlich sein, dass da vielleicht... Äh... Andererseits ist es... Ne, es stockt schon wieder. Okay, zu früh gefreut. Vielleicht sind es da auch noch ein paar Einstellungen, die ich machen muss. Aha. Wo geht es denn da hin? Kommen wir da einfach raus? Kommen wir. Jetzt, das sieht interessant aus, aber scheinbar ist das nicht wirklich was. Was ist denn das? Rattenfleisch, ne. Das muss nicht sein. Das sieht wieder interessant aus, als ob da was... Genau, als ob da was wäre. Okay. Das sieht aus, als ob wir von weiter oben da runter stürzen könnten. Aber damit haben wir jetzt auch dieses Teil, was ich gemeint habe. Wie kommt man da hin? Ist dieses Teil geklärt? Und von da oben stürzen wir auf jeden Fall da unten wieder rein. Oder können wir rein stürzen. Wenn wir nicht aufpassen. Okay, dann... Sind wir hier soweit erstmal fertig. Dann müssen wir, glaube ich, noch hier weiter gehen. Wenigstens haben wir keine Feuerfallen mehr hier. Ja, das ist immerhin etwas. Oh, was war denn das jetzt gerade? Keine Ahnung. Hä? Ach, das ist so ein komisches Drehfeld. Anscheinend. Der stürzt mich immer wieder hierher zurück. Ja, der stürzt mich immer wieder hierher zurück und zieht mich hierher wieder rein. Das ist so ein komisches Drehfeld. Das kennt man schon von dem ersten Teil. Oh, das ist ein Bug. Nee, gerade hier. Da muss ich tatsächlich nochmal an der Konfiguration rumprobieren, ob ich irgendwie was finde, damit es besser läuft. Aber erst einmal will ich hier raus. Ah, so, komm mal raus. Okay. Sehr gut. Ja, da haben wir wieder eine geheime Wand. Ja, von geheimen Wänden gibt es hier auch einige. Ein Hannenstein. Wow. Eine neue Pflanze anscheinend. Was ist denn das hier? Mana-Maske. Nach dem Verzehr dieser Mimikry-Droge produziert die Haut einen polenartigen Staub. Er wird abgesondert und bildet direkt über der Haut eine neue, anders geformte Oberfläche. Nach dem Verzehr verliert der Benutzer Mana und zwar etwa einen Punkt pro Sekunde. Solange er noch über Mana verfügt, erscheint er allen anderen Wesen als ihresgleichen. Nett. Es gibt schon viele, viele nette Dinge hier in dem Spiel. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, so langsam habe ich mich auch mit dem Licht angefreundet, dass das Licht immer an einem Ort stationär bleibt. Habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt gehabt. Das hat ein bisschen gedauert. Aber da das Ding relativ wenig Mana verbraucht, kann man das relativ häufig zaubern. Hier ist dann wieder eine Falle. Das war keine gute Idee gewesen. So, aber dann haben wir, glaube ich, jetzt alles hier. Dann können wir die Treppe hochgehen. Dann ist auf diesem Stockwerk anscheinend alles geschafft worden. Müssen wir nur wieder den Weg zurückfinden. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass es hier keine, keine Dinger gibt hier. So, da war die Tür, genau. Keine Fallen, Feuerfallen mehr gibt. Weil das war sehr, sehr lästig. Oder nur noch wenige Feuerfallen. Ach, da geht's weiter. Okay. Ja, das sieht man auch. Wo wir schon so ein bisschen was von unten nach oben gesehen haben. Ist das ja Geld. Wow. Hast du auch an? Okay, wir haben Skelette jetzt hier. In dieser Ebene haben wir ja Skelette. Und Pfeilfallen. Da war doch keine Falle mehr. Und da ist doch nichts mehr geflogen. Worum? Naja. Da ist das Spiel mit den Fallen ein bisschen. Naja. Ach, ich wollte Licht machen. Habe aber die ganze Zeit falsche Tasten gedrückt. Du findest mich doch attraktiv, oder? Du hast mich ja schließlich ausgesucht. Vor manchen Kämpfen kann man nicht weglaufen, Eidechsenbaby. Warum? Wir haben diese Kämpfe doch relativ erfolgreich. Oh, da ist wieder ein Feuerpfeil. Wow. Wow. Diese Waffe funktioniert gut, diese Biestern. Jawoll, Priester. Äh, Priesterdings. Hier ist ein Weg freigegangen. Sehr schön. Langsam wird die Karte aber unübersichtlich. Aber es gibt ja hier tatsächlich nicht allzu viel. Dann sind wir... Ne, das scheint hier eine Sackgasse zu sein. Das scheint eine Sackgasse zu sein. Alles klar. Wow. Okay. Da, wo es da runter geht. Waren wir da schon zufälligerweise? Wint mal. Ja, da waren wir schon. Okay. Erst einmal schauen wir mal. Priester, Stufe 5 haben wir. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Haben wir dadurch auch, glaube ich, mehr Mana gekriegt, oder? Und der Kämpfer ist auf jeden Fall hochgegangen. Geht bald hoch. Dann machen wir wahrscheinlich auch wieder mehr Schaden. Müssen wir auch mal nach Glatzdown gehen, um zu schauen. So. Da ist noch ein Schalter. Das sind drei Schalter. Okay, das sind drei Schalter. Das müssten wir mal ausprobieren, was passiert. Ne, was ich sagen wollte. Nach Glatzdown müssen wir mal gehen. Einfach, um einmal ein bisschen zu schauen, ob es einmal verkaufen und so Zeug ist. Und bei den Gilden zu schauen, ob es da vielleicht was Neues gibt. Eine neue Quest oder wie auch immer. Hm. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Vielleicht bringt das irgendwo auf einem anderen Gebiet hier irgendetwas. Vielleicht. Vielleicht. Ich würde gerade sagen, da ist doch bestimmt wieder so eine Dingsfalle. War es auch? Oh, was ist denn das da? Was liegt denn da scheinfeines rum? Speichern wir mal. Ah, hier geht es, glaube ich, dahin, wo wir das Ding gesehen haben. Genau. Da, wo wir diese Heilungsschriftrolle gesehen haben, haben wir hier was. Geld. Das sieht doch interessant aus, oder? Weniger Licht. Das ist ein Zauber. Den wir aber schon haben. Schade, schade. Oh, und das sieht aus, als ob es hier vielleicht rausgeht. Dann schauen wir erst... Das ist das Rattenfleisch, glaube ich. Dann schauen wir erst einmal... Und es hier nochmal um. Was ist das jetzt Feines? Diese Medizin wird gegessen, heilt alle Leiden und füllt auch noch den Magen. Seelenballen heilt alle Formen von Vergiftungen und alle Wunden. Eigentlich ein cooles Ding. Kann gemacht werden. Alter, da war es. Mit Aloeia, Sandkruste und Eiszapfen. Die Sandkruste haben wir relativ viel, aber die Aloe... Und die haben wir auch viel, aber die Eiskrusten... Das hört sich an, als ob wir das eher in einem anderen Portal bekommen. Dass wir nicht so ein Feuerportal haben, sondern noch ein Eisportal. Hätte ich jedenfalls so gesagt. Das sieht aus, als ob da irgendwas wäre, aber das kann auch von der anderen Seite her sein. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Jetzt sieht es hier aus, als ob es rausgeht. Und es ist auch so. Schön. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Wald von Gletschdown. Oh. Ziemlich... Ziemlich weit im Norden. Okay. Das beschriften wir mal mit Hintereingang. Tra... Ra... 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 Kölf. So. Dann lasst uns einfach mal durch den Wald laufen und schauen, wo wir hier denn rauskommen. und was wir so alles noch finden. Ja, was hast du denn Neues entdeckt? Die Wächterkugel. Artefakte der Ahnen. Was sind wir denn jetzt hier? Jetzt geht es entweder hier lang oder hier lang. Ah. Dann machen wir mal hier zum Anschauen und gehen einfach mal hier weiter. Das sieht mir nach einer Sackgasse aus. Deswegen bin ich auch kurz reingegangen. Ah ja, und dann kommen wir da unten raus, wie es aussieht. Alles klar. Dann haben wir auch gleich mal ein bisschen uns hier... Oh, was ist das da? Das ist nichts. Na gut. Und da haben wir noch irgendwas, was abgeschlossen ist. Ein bisschen Geld. Das ist auch nicht verkehrt. Geld kann man immer noch brauchen. So, damit haben wir ja tatsächlich ein bisschen was abgeschlossen. Sehr schön. Und zwar das hier kann jetzt weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier irgendwie eine Verbindung mit denen hat. Aber ich würde auch sagen, lasst uns doch jetzt mal... Ja, wo es dahin geht. Ich hätte es irgendwo mal gedacht gehabt, dass wir von hier nach da rüber kommen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Habe ich jedenfalls den Eindruck. Wir können es noch hier rüber gehen. Aber ich würde tatsächlich jetzt mal zurück nach Gletsdown gehen. Und auf dem schnellsten Weg am besten einen, den wir kennen. Gletsdown geht dann... Ach, hier geht es... Was? Machst du einfach hier Schaden? Ah, der Weg zurück zur Festung. Zur Festung geht es tatsächlich hier lang. Ja, das könnte sein, dass es dann vielleicht hier reingeht. Oder vielleicht nach da unten lang geht. Wir gehen den normalen Weg lang. Weitere sind wir ja durch den Flussbett gegangen. Das war ja auch nicht so der optimale Weg hier. Hier lang. Ach, wisst ihr was? Wir folgen den Schildern. Wir folgen jetzt einfach mal hier den Schildern. Und schauen mal, wo es jetzt hier lang geht. Ist das hier ein Weg? Ist das eine Sackgasse? Das ist eine Sackgasse. Lassen wir mal diese kleine Familie quasi in Ruhe. Wenn sie uns nicht angreifen, ist mir das ganz in Ordnung, ist mir das ganz recht. Du greifst an. Das heißt, wir greifen auch an. Wir wehren uns. Aha. Ach, guck mal. Hier scheint irgendwas Interessantes zu sein. Ob das hier das nächste Portal ist? Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. noch mal ganz kurz speichern. Wobei, nee, wir schauen uns das später an. Wir schauen uns das hier noch später an. Ich will tatsächlich erst mal so schnell wie möglich nach Glatstown gehen. Am besten noch in dieser Folge. Das ist in der Pause. da geht es irgendwie zur Festung. Und da geht es da hin. Okay. Dann, äh, auch das hier noch mal anschauen. So. Das da könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass das hier mit den Dingen hier übereinstimmt. Also, das ist da hier. Der will schon. Hier scheint es nichts zu geben. Dann. also weiter hier lang. Die haben uns mal solche Probleme gemacht, ganz am Anfang vom Spiel. Ziemlich krass. Ja, das anschauen kann dann auch weg. Wir haben ja relativ viel von dieser Karte hier fertig. Sehr schön. Dann auf zur Festung von Glatstown. Genau, da können wir jetzt auch noch eine Sache, will ich jetzt schauen. Ist das Portal auch wirklich geschlossen hier? Nee, das Portal. Das Portal zieht mich an. Es saugt mich da rein. Okay, das Portal ist weiterhin da. Ich dachte, das müsste jetzt geschlossen sein. Hm. Dann habe ich das anscheinend falsch verstanden gehabt. Dann habe ich das wahrscheinlich falsch verstanden gehabt. Okay. So, wir sind jetzt wieder da. Sehr gut. Glatstown. Was ich jetzt machen werde, ich meine, wir haben jetzt 23 Minuten, das heißt, ich werde auf jeden Fall die Folge beenden. Oh. Was hat man hier gekriegt? Benutze die Rune, um die Scherben dieses Spiegels zu finden. was für eine Rune? Was für eine Rune? Okay, weiß ich nicht mehr, was da eine Rune gemeint ist, aber auf jeden Fall werde ich hier Schluss machen und ich werde in der Pause einfach mal Zeug verkaufen gehen. Das müsst ihr ja nicht mitmachen. Wo wir uns dann aber wiedersehen ist, falls es in den Gilden was Neues gibt, da würde ich euch dann wieder dazu holen und ansonsten fangen wir einfach dann an, wenn ich das ganze Zeug verkauft habe. Ja, und vielleicht schaue ich auch mal nach neuen saubern oder so. Das ist ja eigentlich relativ uninteressant, so einen Einkaufsbummel zu machen. Erzeichnis passiert irgendwie was. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen und zurück. Und ich freue mich, wenn ihr wieder zurück zu einer nächsten Folge sein werdet oder so irgendwie. Bin gerade ein bisschen rausgekommen. Bis dann. Ciao.